Erinnerungen können derzeit bei einem Besuch des Schlosses Schlettau wach werden. Bis zum 22. Februar werden in einer Sonderausstellung historische Kinderbücher gezeigt. Die vom Förderverein Schloss Schlettau gestaltete Schau ist eingebettet in einen gefüllten Veranstaltungskalender 2015. Demnächst warten in den historischen Mauern eine Whiskyverkostung, eine Mitternachtsschlossführung sowie ein Johann-Nestreu-Abend im Rahmen der Reihe Musik und Literatur im Rittersaal. Infos unter schloss-schlettau.de